hallo leute und willkommen zum dritten teil unseres star wars yoda baus und da seht ihr schon wir sind echt weit gekommen da steht er schon da und dreht sich ganz lustig von ja von fuß bis kopf noch nicht aber ihr seht der ganze körper den haben in den ersten beiden teilen bereits gebaut wer noch mal sehen möchte wie das ganze von statten gegangen ist die links zu den beiden teilen findet ihr hier unten in der video beschreibung genauso wie den kauf link von amazon falls ihr lust habt euch den kleinen joda als jedi meister hier selbst mal hinzustellen und ja die beiden kollegen sind schon die ganze zeit mit dabei und sind ganz gespannt wie es weitergeht und heute bringen wir ihn zu ende da sind die tüten nummer 10 9 9 bis 13 und da steckt zum einen drin der kopf der hier noch drauf kommt zum einen sein lichtschwert das sieht man hier die teile und drehe ich mal um kollege die hände ja hier hände ringens wird hier noch nach hinten gesucht also die werden wir auch noch bauen und das wird glaube ich ein sehr wenn nicht sogar der interessanteste bauabschnitt oder die abschnitte von dem gesamten set denn ich sag mal das hier und das hier das sieht alles toll aus ist aber vom bauen eher ich sag mal abstrakt aber jetzt wenn man hier anfängt ja einen kopf zu bauen ja ich glaube da wird das schon ein wenig spaßiger werden also genug der vorrede legen wir los mit tüte nummer 9 größeren so sieht die aus tüte nummer 9 und hier sind auch schon die augen die da drin ach ich freue mich ich freue mich schon die ganze zeit den kopf zu bauen also los geht's anatomie grundkurs heute augen ja die haben wir hier gebaut freunde echt spaßig dass es echt toll hier macht freude das zu bauen aber wir schauen gleich noch mal zusammen drüber und setzen auch dann alles noch komplett zusammen ich bin hier nämlich so gut wie durch kommen dann gleich an die tüte 10 ran aber hier noch mal die teile die hier übrig geblieben sind ein paar klein teilchen und ja wir schauen mal hier haben sie echt mal volles rohr ins farbregister gegriffen also bei yoda geht es ganz schön bunt in der birne zu werden grün gelb rot blau braun und irgendwo kann man es hier noch sehen ja hier noch schönes rosa mit rein geknallt naja man sieht ja später nichts mehr aber das rosa hier eine güte aus welcher restekiste haben sie das denn rausgesucht egal also das hier wird der kopf so sieht er von hinten aus noch da kommt einfach noch was dran später hier das ist wohl schon mal die nase die hier somit überbaut wurde sehr schön auch gut stabilisiert und dann eben ja das highlight hier das erste auge mit den lidern die man dann auch verstellen kann so dass man ihm dann später unterschiedliche gesichtsausdrücke ins gesicht zaubern kann und das wird hier eigentlich sehr simpel gebaut aber total effektiv und es sieht richtig gut aus auch hier die pupille finde ich super gelöst von unten sieht er so aus und hier haben wir noch mal die konstruktion des auges ihr seht das sind zwei mal zwei platten zwei stück dann kommt hier so ein steinchen drüber dann hier so ein kleiner runder dann hier einmal so ein einmal einsam mit noppe da kommt ein stab rein noch mal so ein grüner runder und dann hier einfach nur wenn ich drehe die mal ein bisschen dann könnt ihr das leichter erkennen dann einfach nur hier diese parabol schüssel mit ja mit hier so einem zum kleinen schraubenschlüssel die werden einfach nur da reingeklippt ja und innen drin ist noch mal kleiner parabol nach scharf stellen ist noch mal kleiner parabol spiegel dann ja mit einer einmal einsam fließe in teilweise transparent und fertig ist hier das auge richtig richtig cool und dann wird das nur noch hier aufgesetzt aufgedrückt ja und schon schaut uns unser joda an entweder ja ein bisschen traurig oder neutral oder man kann es natürlich auch noch hier so zur seite etwas drehen und verstellen damit dann auch hier die augenlider noch richtig fies gucken können so aber wir wollen ja nicht fies gucken es macht ja spaß also schauen wir mal so und ganz fertig sind wir noch nicht denn hier kommen noch ein paar teile drüber das machen wir mal eben und was war das denn denn ich wollte das eben noch nicht ganz fertig bauen genau da kommt hier so eine zweier platte zur stabilisierung einmal hier drüber so dann noch eine zweier platte einmal so damit das auch noch mal stabilisiert wird und ganz zum schluss gibt es noch mal eine einmal vierer fließe die kommt dann hier so mittig drüber über den nasenbereich ja und damit ne quatsch damit wäre der bauabschied noch gar nicht fertig wir haben hier noch ein teilchen das kommt das ist das hier hier kommt das denn das kommt das kommt so hier dran okay einhändig immer etwas schwierig so damit wäre tüte nummer neun fertiggestellt hey gott wie sichtsentgleisung mein freund alles gut alles gut alles dran das war jetzt hier eine operation am lebenden patienten also erblickt uns komm ich stell mal drauf er blickt uns hier jetzt schon mal an auch interessant nur ein offener mund sieht aus wie so ein zombie oder moment aber egal dass hier freunde macht spaß da sieht man direkt was man baut was es werden soll und das haben sie toll 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 umgesetzt echt riesen spaß hier den kopf zu bauen soweit also da fehlt aber noch ein bisschen was die langen ohren kommen ja noch und der kopf der braucht hier die seiten verkleidungen die wangen und ja es wird noch eine riesige freude werden also bauen wir direkt mal weiter mit tütchen nummer zehn ach da ist ja schon wieder hier die pinke solche die rosa solche mit drin aber ansonsten ja schauen wir jetzt mal hier am kopf etwas weiter das hier ist jetzt der part der mir richtig freude bereitet also weiter geht's ja title ten ist geschichte und das haben wir hier gebaut ich stelle die kamera mal hin denn ich will euch etwas zeigen schauen wir mal von vorne schaut euch mal hier den Kopf an. Also wir haben jetzt hier diesen, wie nennt man das, Mund-Schnauzen-Bereich bei Yoda gebaut. Ist eigentlich ganz nett gelungen. Wir haben mal so von der Seite gesehen. Er hat hier so einen leichten Oberbiss. Also hier die Oberlippe, Unterlippe, Wangen. Ja, also ich finde, der ist ganz gut geraten. Dafür, dass das hier Legosteine sind, ist das ganz gut geraten. Dann haben wir hier an der Seite noch ein bisschen was verkleidet. Hier in verschiedenen Elementen. Die liegen hier noch. Also zeige ich euch gleich noch mal etwas genauer. So sieht er jetzt eben aus. Und die andere Seite ist noch unverkleidet. Da sieht er noch so aus. Da kann man ihm noch tief hinters Auge blicken. Und hier eben nicht mehr so sehr. Also das hier sind diese verkleideten Seitenteile oder die Seitenteile, mit denen verkleidet wird. Da sieht man, wie hier gebaut wird. Slope, 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 Slope. Also ganz viele Slopes. Ein bisschen was verfließt. Unten drunter dann ein paar kleine Plättchen und mal so Eckteilchen. Und dann wird das da dran gebaut. Machen wir mal. Also mal kurz hier orientieren. Wie rum muss das denn? Das muss dann so rum. Okay. Und dann sollte der Bereich... Gott, jetzt habe ich hier einen Denkfehler drin, oder? Nö. Oder? Nö. Oder? Gott. Ich muss in die Anleitung schauen. Moment. Ich glaube, ich habe hier einen Denkfehler drin. Wir müssen erstmal hier das andere Teil hier befestigen, was hier unten hinkommt. Und zwar kurz schauen, wie das hier dran war. Okay. So. Ja. So sieht das passend aus. So. Das eine Seitenteil und dann Teil Nummer 2. Das soll dann irgendwie... Aha. Jawohl. So. Gott. Ich habe hier echt vorhin einen Denkfehler gehabt. Ich dachte schon, ich hätte mich verbaut. Aber nein. Zweifel nicht an dir. Alles ist gut. So. Wunderbar. Also damit hätten wir Tüte 10 fertig verbaut. Yoda sieht von vorne schon ziemlich kompletiert aus. Von den Seiten sieht es auch schon ziemlich geschlossen aus. Aber da fehlt natürlich immer noch eine ganze Menge. Die Ohren, der Kopf, die Frisur. Er hat ja so ein bisschen graue Haare. Übrigens hier. So zwei kleine Steinchen haben wir hier über. Die können weg. Und ich kram mir mal. Da hinten ist sie. Tüte Nummer 11 raus. Och. Das ist ja wieder hier ein kleinerer Abschnitt. Den machen wir mal ganz flott fertig. Da. Da ist es passiert, Freunde. Ich habe ein Fehlteil oder ein falsches Teil oder ich habe irgendwo was falsch verbaut. Irgendwas davon. Auf jeden Fall. Irgendetwas ist hier falsch gelaufen. Ich zeige es euch mal. Ich habe hier die Ohren gebaut. Kann man schön sehen. Die Yoda Ohren ganz hervorragend. Und Moment, welcher ist korrekt? Das hier. Das hier ist die Rückseite. Und hier habe ich einen Slope. Und nochmal hier genau den gleichen Slope auf der Unterseite. Und das gleiche sollte auch hier bei dem Ohr sein. Hier oben ist er korrekt. Aber hier habe ich keinen mehr von diesen Slopes hier gehabt. Sondern musste dann hier so ein abgeschrägtes Teil hinbauen. Ist jetzt hier kein großes Problem. Aber in der Anleitung war es eben anders dargestellt. Also entweder, ich will es gar nicht ausschließen, ob ich hier irgendwo den benötigten falsch verbaut habe. Da fällt mir hier gerade noch was auf. Das hier sieht aber auch merkwürdig aus. Hier so gezackt und hier so zusammenlaufend. Mein Gott, die Konzentration, die lässt nach. Ich muss mal kurz schauen, ob das hier so stimmt. So stimmt's. Und das andere hat nicht gestimmt. Also mal kurz umgedreht. Aber jetzt habe ich folgendes Problem. Ja, den, den ich jetzt eben an den Hinterkopf gebaut habe, der hätte eigentlich dann hier dran gemüsst noch. Na gut, er wird jetzt zum Unikat hier, der gute Yoda. Ich lasse das einfach mal so. Kann ich ja später immer noch ändern, falls ich das fehlende Teil doch noch finden sollte. Ja, wir lassen es einfach mal so. Ein Ohr ist ja auch nicht immer wie das andere. Von daher, wir lassen das mal so und bauen die Lauscher noch hier an den Kollegen an. Mal schauen, wie die hier dran müssen. Das wird wohl genau einfach hier so aufgesetzt. Passt ganz hervorragend. Hier könnt ihr das noch mal schön sehen. Einfach hier raufsetzen, andrücken. Hervorragend. Jo, fällt doch gar nicht großartig auf, oder? Der kleine Unterschied ist, dass hier jetzt die eine Zacke nach unten zeigt, statt nach oben. Und hier zeigen sie beide nach oben. Kann ich mit leben? Das ist eben dann mein Yoda. Jawohl. Also, soweit ist er jetzt hier schon fertig gebaut. Ich setze mal hier den Kopf kurz auf. Ja, ein bisschen hirnlos noch, aber da kümmern wir uns hier in Tüte, in der vorletzten Tüte Nummer 12 drum. Da bauen wir jetzt hier oben noch mal was auf den Kopf und ganz zum Schluss gibt es dann noch ein Lichtschwert. Da freue ich mich auch schon drauf. Also, weiter geht es mit Tüte Nummer 12. Bevor wir hier gleich den Kopf zu machen, noch mal ein kurzer Zwischenstopp. Ihr seht, wenn ich ihn nach vorne drehe, wir haben jetzt hier die Stirn und so, den vorderen Kopfbereich schon aufgesetzt. Die ist sich echt schön bauen. Toll gemacht hier mit den ganz, ganz vielen Slopes. Gefällt mir ganz hervorragend gut. Dann geht es jetzt hier los mit den grauen Haaren und das geht dann hier noch deutlich weiter. Habe ich es richtig rum? Nö, so rum. So rum und dann noch vor die Kamera. Also, das hier ist jetzt der Hinterkopf ebenfalls hier angedeutet mit diesen Teilen. Was ist denn das ursprünglich? Waren das irgendwelche Eisteile oder so? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall kommt das Teil noch gleich hier hinten drauf. Aber vorher kann man noch sehen, wie der Kopf hier überhaupt befestigt wurde. Nämlich hier mit dem einen Stiftchen, also so eine kleine Technikachse und der wird dann einfach hier drauf gesetzt. Da hatten wir einen Liftarm und dann hier durch und schon passt das und er wackelt und hat ein bisschen Luft sogar. Sehr, sehr schön. Also, dann bauen wir jetzt mal noch hier den Hinterkopf ganz zu Ende einmal hier aufsetzen. Das ist ja ganz einfach. Und dann noch ein paar kleine Steinchen. Klack, sitzt schon. Wunderbar. Und dann habe ich noch mal diesen hier und muss dann den so rum aufsetzen. Ganz, ganz wichtig. Und der kommt hier oben einmal ran. Und dann hätten wir noch so einen. Und auch dort kommt hier so ein schräges Steinchen dran in die Richtung. Und der kommt dann noch mal da oben drauf. Sehr schön, sehr schön. Freunde, wir sind auf Seite 197. Ich werde langsam schon merkwürdig. Tüte 13 steht uns noch bevor. Und unser Yoda. Ich stelle ihn euch mal hier auf die rotierende Platte. Und unser Yoda. Ja, schaut euch jetzt mal den Kopf an. Der ist fertig. Hier muss ich auch richtig andrücken. Da sitzt er noch nicht hundertprozentig, aber man bekommt hier jetzt schon den Eindruck. Und der Kopf, kurze Wertung, Daumen hoch von mir, der hat richtig Spaß gemacht. Ganz, ganz toll. Und hier haben wir noch mal drei Teilchen, die übrig geblieben sind. Und jetzt geht's. Ja, Hände und Waffe kommt alles hier in Teil 13. Also hier unten, da fehlen ja noch die Hände. Die stecken hier drin. Und das sehr, sehr lang werdende Lichtschwert. Oh Mann, da wird es echt schwierig, einen Platz im Regal zu finden. Aber egal, weiter geht's. Endspurt. Hier muss ich einfach mal eine Pause machen, Freunde. Und euch zeigen, was ich gebaut habe. Das hier, ja, Daumen hoch. Das ist schon mal die erste Hand. Das wird die Hand sein, die auch hier hinten den Lichtsäbel, das Lichtschwert hält. Und da sieht man schon, wie das gebaut wird. Wir haben hier diese, ja, Moment, ich mach's mal ab. Ja, also wir haben hier diese Haltepunkte, wo dann die C-Clems reinkommen. Klack. Und dann hat man hier noch ein kleines Gelenk ebenfalls mit C-Clemmen gemacht. Und, ja, eigentlich relativ simpel. Aber so wird dann eben die Hand oder die Hände gebaut. Aber das echte Highlight, das ist schon hier, Gott, ich muss weiter zurückgehen. Das ist schon hier das Lichtschwert. Das ist ein richtig langes Teil. Sau cool, finde ich das. Schaut euch hier mal den Griffbereich an. Das sieht ja ähnlich aus, wie das von Darth Vader hier vom Griffbereich. Also man hat hier ganz, ganz viele von diesen, ja, einmal Vierer-Steinchen. Ganz hier oben mit einer Abdeckung einer Kappe und da innen drin. Da ist natürlich unsere lange Technikachse, die wir hier ganz am Anfang schon gesehen haben im ersten Teil. Und, ja, sieht cool aus. Muss natürlich noch irgendwie mal beleuchtet werden. Das ist ja wohl sowas von klar. Ich habe da auch schon mal was gesehen, wo jemand das beleuchtet hat. Ich denke, das werde ich irgendwann auf jeden Fall angehen, weil das wird beleuchtet, dann ultra cool aussehen. Wenn hier noch eine LED von unten rein strahlt und es ist etwas dunkel im Raum, wahnsinniger Hingucker. Aber auch so dieses Neon, was ist das? Neon-Gelb-Grünliche sieht cool aus. Ne, muss ja grün sein. Er hat ja ein grünes Lichtschwert. Also Neon-Grün, also macht einiges her. Ich glaube, 22 von diesen Steinchen sind das, die man hier verbaut. Und dann hier unten, da ist der Anschalter und dann hält der kleine Yoda sein Lichtschwert hier. Ich finde es echt schön gemacht. Was mich hier minimal stört ist, ja, wir haben hier wieder so einen blauen Pin auf Noppe verbaut. Und auch wenn man hier die Abdeckung drüber setzt, ja, das Blau sieht man durch. Das ist schade. Wäre das schwarz, wäre es besser. Aber ja, man auf hohem Niveau in dem Fall. Und, ach, übrigens, schock mal her. Ja, was sehe ich denn da? Wir haben ja hier auch noch das Lichtschwert vom kleinen Yoda. Da habt ihr mal den Vergleich. Gott, wie mache ich das denn? Also Minifiguren-Lichtschwert und ja, hier unser Maxi-Figuren-Lichtschwert. Echt cool. Cooles Teil. Der Yoda, der liegt übrigens auch noch hier hinten auseinandergebaut. Also, das nun mal so als kurzer letzter Zwischenstopp, Freunde, denn wir sind nahezu fertig. Schaut euch meinen Tisch an. Da ist, ja, alles ziemlich frei geworden mittlerweile. Also, wir bauen noch die eine Hand fertig, die zweite Hand fertig, die Minifigur, alles dann hier dran. Und dann gibt es hier den abschließenden Blick und mein kleines Fazit, ob ich den Lego Yoda hier gut finde. Na, na, nicht spoilern. So, weiter geht's. Fertig er ist, würde der Kollege sagen. Also, ich bin durch, Freunde. Hier seht ihr nochmal die Plakette des Nicht-UCS-Sets mit Plakette. Und der kleine Yoda, der hier noch als Minifigur dabei ist, der ist ganz interessant, denn, schaut mal her, der hat so einen Gummikopf. Das ist hier alles, weiß nicht, ob man es gut sehen kann, ganz flexibel und gummiert. Also, ein richtiger Gummi-Minifiguren-Kopf. So was habe ich ja noch nie gesehen bisher. Kennt ihr das schon? Hat Yoda schon länger hier so einen Gummikopf? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jo, der sieht ganz nett aus. Schön aufgedruckt, die Augen passen, das Lichtschwert in der Hand. Und übrigens, wir bekommen noch hier ein Ersatzlichtschwert, naja, zumindest einen Griff, aber keine Klinge. Das hier ist alles übrig geblieben. Tja, und da steht er nun. Ich gehe mal ein bisschen zurück und lasse ihn drehen. Und dann habt ihr mal den Gesamteindruck, wie unser Yoda hier aussieht. Und ich bin wirklich sehr angetarnt von dem Set. Das hat richtig Freude gemacht. Vor allem der Kopf, der ist hier für mich das Highlight beim Bauen gewesen. Der ist ja sowas von schön und kreativ gebaut, wie ich finde. Also, da kann man echt nicht meckern. Ich lasse ihn hier mal noch eine Runde drehen, damit ihr alles sehen könnt. Auch das Lichtschwert ist richtig cool. Wobei die Befestigung da nicht so ganz einfach war in der Hand. Aber gleich nochmal dazu einen Satz mehr. So, die Runde hat er gedreht. Dann kann der Kollege auch mal runterkommen hier von seinem hohen Podest. Und wir schauen ihn uns mal im Detail nochmal an. Ganz klares Highlight ist hier das Gesicht. Man kann ja hier die Augen so schön verstellen, dass er dann verschiedene Gesichtsausdrücke dann annehmen kann. Also, das ist auf jeden Fall cool. Ich mag ja eh die Ausformung. Viele dachten ja oder waren der Meinung, das sieht irgendwie merkwürdig aus. Finde ich jetzt gar nicht so. Also, ich mag die Optik. Ich mag die Optik, wie er aussieht. Finde ich cool. So, hier unten noch die Hände, die ich gebaut habe. Einmal die Hand, einmal die Hand, die dann auch hier das Lichtschwert umklammern. Ich habe die jetzt hier so ineinander verschränkt. Hier die Hände, die Finger. Aber das kann man alles ja ein bisschen einstellen und so machen, wie es dann für einen passt. Das Lichtschwert an und für sich. Das ist allerdings hier recht schwach befestigt. Das ist hier oben nur an einem 1x1er rund. Der Schwarze hier angesteckt. Ich habe da noch ein zweites Steinchen drunter gepackt, damit es ein klein wenig stabiler wird. Aber wenn es mal dran ist, will man da nicht mehr groß dran rumwackeln. Und dann hält er hier sein Lichtschwert. Sieht ein bisschen müde aus. Ist ja auch schon ein Alltag nicht. So, und der Kopf, der lässt sich übrigens auch drehen. Man kann ihn hier im gewissen Rahmen ein bisschen bewegen. Der hat da ein bisschen Spiel, auch nach vorne und hinten. Kann er leicht nicken. Das ist alles sehr, sehr schön gemacht. Dann hier nochmal seine Robe, die ja so schön wallend nach unten fällt. Auch gut umgesetzt von den Designern bis zu den Füßen. Die finde ich ja auch ganz, ganz schnucklig. Und die kann man ja hier so ganz leicht noch drehen. Schauen wir ihn uns mal von der Seite an. Da sieht er dann so aus. Und der Kollege, der ist hoch. Meine Güte, durch das Lichtschwert wird er richtig, richtig hoch. Und auch hier gefällt mir die Robe sehr gut. Hier mit den Händen. Ja, und auch das Profil. Doch, kann sich sehen lassen mit seinen langen Ohren. Und dann auf der Rückseite, wie gesagt, hier seine grauen Haare. Gut, das sieht so ein bisschen, aber wie soll man es bauen? Keine Ahnung. Sieht so ein bisschen sehr schütter aus. Aber man bekommt die Ahnung, was hier dargestellt werden soll damit. Also finde ich eigentlich völlig in Ordnung. Dann hier sein Hoodie mit der Kapuze und der komplette Blick von hinten. Und dann gibt es nochmal die Ansicht von der anderen Seite. Also echt ein ausgesprochen schönes Set, Freunde. Wenn ihr das findet, ich kann es euch nur empfehlen. Kauft es euch. Aber nicht für 80 Euro, nicht für 90, nicht für 100. Guckt mal, ob ihr das findet. So für 75, vielleicht bis 65 Euro runter. Die Preise schwanken da ja doch schon sehr, sehr stark. Von daher klickt einfach mal in den Link hier unten in meiner Videobeschreibung. Dort findet ihr zum einen Teil 1 und Teil 2 des Aufbaus. Und auch den Amazon-Link zum Set. Da gibt es immer mal wieder ganz schöne Angebote. Tja, und damit wäre alles gesagt. Ich hoffe, ihr hattet hier genauso viel Freude und Spaß wie ich. Jetzt haben wir hier drei tolle Lego, ja gut, UCS-Figuren wollte ich sagen. Aber nur BB-8 ist ja UCS und der Pork ja nicht. Und der Yoda natürlich auch nicht. Obwohl er hier das größte Set ist mit 1771 Steinen. Verstehe das, wer will. Ich finde, das ist für mich ein UCS-Modellset mit Plakette. Und macht mir hier ganz, ganz viel Freude. Und jetzt suche ich mir ein schönes Plätzchen dafür und sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.